Hallo, ich bin Fabio und das ist eine DC-Ladestation. Der Markt der Elektroautos steigt stetig. Das merken wir bei der Elektromobility-Abteilung. Daher bauen wir an den Cablex und Swisscom Standorten Ladeinfrastruktur aus. Hier in Vorblaufe am Hauptstandort der Swisscom haben wir vor kurzem die Ladeinfrastruktur auf 18 AC-Ladestationen und 1 DC-Ladestation erweitert. Den Ausbau haben wir so dimensioniert, dass wir weitere Ladestationen ohne grössere Kosten realisieren können. Die bestehende Photovoltaikanlage in Vorblaufe ist bei uns ins Lastmanagement integriert. So können wir unsere Ladeinfrastruktur über Solarenergie speisen. Unser Ziel ist jetzt alle Swisscom und Cablex Standorte mit Ladestationen auszubauen, damit wir schweizweit eine Ladeinfrastruktur-Lösung anbieten können.